Hallo zusammen und willkommen. Olivenöl wirkt auf den Körper in vielfältiger Art und Weise und gilt im Allgemeinen als gesundheitsfördernd. Hochwertiges Olivenöl wird kalt gepresst und dann in dunkle Flaschen abgefüllt, um so alle Wirkstoffe des Öles bestmöglich zu erhalten. Laut diverser Studien sind die gesundheitsfördernden Eigenschaften des Olivenöls mehrfach nachgewiesen. Und deshalb gilt es als bewiesen, dass ein täglicher Verzehrsucker vor vielen Krankheiten schützen kann. Die enthaltenen Wirkstoffe, denen besondere Wirkung nachgewiesen wurden, sind unter anderem Polyphenole, die Oleinsäure, Oleokantal und das Oleorupin. Ihnen wird eine entzündungshemmende Eigenschaft und auch eine antioxidative Wirkung nachgesagt. Was aber mit Deinem Körper passiert, wenn Du vor dem Schlafen gehen für 7 Tage lang Olivenöl trinkst, erklären wir Dir in unserem heutigen Video. Und um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst Du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für Dich hochladen. Olivenöl hat eine besondere Wirkung auf unseren Organismus. Am besten trinkst Du täglich einen Esslöffel Olivenöl vor dem Schlafen gehen. Du wirst schnell erkennen, dass etwas in Deinem Körper passiert und dass Du Dir und Deiner Gesundheit etwas Gutes tust. Die nachgewiesenen Wirkungen von Olivenöl auf den menschlichen Organismus sind vielfältig und daher extrem gesundheitsfördernd. Nummer 1, das Herz-Kreislauf-System. Die im Olivenöl enthaltene Oleinsäure senkt nachweislich den Cholesterinspiegel im Blut. Erhöhte Cholesterinwerte führen zur Arterienverkalkung, die die Hauptursache für Herzinfarkte, Herzerkrankungen und Schlaganfälle ist. Wird der Cholesterinspiegel im Blut auf einen normalen Wert gesenkt, minimiert sich dann auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Olivenöl ist hier ein wichtiger Helfer, der bei der Reduzierung des Cholesterinwertes unterstützt. Nummer 2, Diabetes. Diabetes ist eine Erkrankung, bei der die Blutzuckerwerte sich im Blut krank ab der Höhen und zu verschiedenen Symptomen führen. Nach dem Essen steigt der Blutzuckerspiegel bei allen Menschen im Blut an, was aber besonders bei der Erkrankung Diabetes von großer Bedeutung ist. Bei einem Diabetes Typ 1 wurde festgestellt, dass die regelmäßige Einnahme von Olivenöl den Anstieg des Blutzuckerspiegels merklich verlangsamt. So kann sich der Allgemeinzustand deutlich verbessern. Nummer 3, Osteoporose. Bei der Osteoporose handelt es sich um eine Erkrankung der Knochen, bei der die Knochen an Festigkeit verlieren und so leicht erbrechen können. Osteoporose ist in südlichen Ländern, wo Olivenöl täglich auf dem Speiseplan steht, weniger verbreitet als bei uns in Deutschland. Die im Olivenöl enthaltenen Polyphenole schützen die Knochen und erhalten deren Festigkeit. Nummer 4, Alzheimer. Alzheimer ist eine Erkrankung des Gehirns, bei dem Ablagerungen im Gehirn entstehen und so die Übertragung zwischen den einzelnen Synapsen stört und sogar verhindert. Die tägliche Einnahme von Olivenöl erhöht die Konzentrationsfähigkeit und fördert das Lernen. Dies wird dadurch bewirkt, dass Olivenöl bei der Entschlackung der Nervenzellen im Gehirn unterstützt und so die Blockade zwischen den Synapsen verhindert. Nummer 5, Krebserkrankung. Damit gesunde Körperzellen zu Krebszellen mutieren können, benötigen sie einen ganz bestimmten Bodenstoff, der besonders für die Entstehung von Gehirntumoren verantwortlich ist. Die im Olivenöl enthaltene Oleinsäure hindert ein bestimmtes Protein daran, genau diesen Bodenstoff zu produzieren, der sowohl die Entstehung von Tumoren im Gehirn als auch für Brustkrebs verantwortlich ist. Oleokantal zerstört sogar nachweislich bereits entstandene Krebszellen und wirkt dabei sogar schmerzstillend. Die enthaltenen Wirkstoffe des Olivenöls haben aber noch viele zusätzliche Wirkungen auf den Körper. So wirken sie beispielsweise antioxidativ, entzündungshemmend und regulieren den Blutdruck. Gleichzeitig wirken sie leicht schmerzstillend und senken die Anfälligkeit für oxidativen Stress. Wie eine Studie herausgefunden hat, sind bestimmte Stoffe aus dem Olivenöl besonders nachts aktiv. So kannst du dich praktisch in Ruhe gesund schlafen, während dein Körper alle positiven Eigenschaften des Öls in deinem Körper in Gang setzt und arbeitet. Wichtig ist dabei die tägliche Einnahme von Olivenöl, damit es seine gesundheitsfördernden Eigenschaften voll entfalten kann. Bereits nach sieben Tagen wirst du erste Veränderungen an dir feststellen. Wenn du dich für Naturheilkunde interessierst, dann haben wir noch einen Tipp für dich. Mehr dazu findest du in unserer Videobeschreibung ganz oben. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen!